Weihnachten, das ist für mich verbunden mit Besinnlichkeit, mit Ruhe, aber auch mit Schnee. Meist ist Weihnachten ja grün, aber einmal, da habe ich so genau erlebt, wie ich es mir gewünscht habe, wie ich mir Weihnachten immer vorstelle. Wir waren als Familie ins Seniorenheim gegangen. Dort gab es eine Weihnachtsfeier mit der Gemeinde. Die Kinder hatten sich im Laufe der Stunde schon ein wenig verabschiedet und waren nach draußen gegangen. Sie waren auch nicht wieder zurückgekommen. Aber als wir dann fertig waren und ins Freie gingen, da sah die Welt ganz anders aus. In dieser einen Stunde hatte es geschneit. Eine Handbreit Neuschnee, das war für mich das perfekte Weihnachten. Und dann gab es die Geschenke.